...fasst als ein Auto für Radiosport gebaut, aber der Jetty, und da ist es jetzt ein klein wenig schade, in Anführungszeichen, dass es nicht fast ist, das ist nämlich mein Mann, der immer gut ist für einen schrecklich aktuellen Schritt. Oh, 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 oh. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal.